Ja, guten Tag, meine Damen und Herren, wir treffen uns heute mal wieder hier zu Renners Blauen Stunde. Ich habe mir mal so ein bisschen vorbereitet, welche Themen wir heute miteinander besprechen wollen. Aber vielleicht ganz vorneweg, die politische Situation, in der wir momentan so sind, ist eigentlich gekennzeichnet von Irrationalität. Ich verstehe manchmal überhaupt nicht mehr, wie Entscheidungen zustande kommen und warum man überhaupt solche Entscheidungen trifft. Ich sehe, dass wir Probleme haben, die aber von der politischen Gegenseite als Nichtprobleme deklariert werden. Und wenn man sie als Nichtprobleme deklariert, dann braucht man sie ja auch sozusagen nicht mehr zu lösen. Ich sehe auf der anderen Seite aber auch, dass Dinge zu Problemen gemacht werden, die gar nicht wirkliche Probleme sind. Und dann wird ein Riesenaufwand getrieben, um diese imaginierten Probleme zu lösen, die eigentlich gar nicht vorhanden sind. Fangen wir doch mal mit dem Wichtigsten überhaupt an, mit der wichtigsten Information an. Wer ist denn momentan der wichtigste Politiker? Da gibt es eine Umfrage, die gemacht wurde. Und Sie werden es nicht glauben, der Herr Robert Habeck ist als wichtigster Politiker identifiziert. Wissen Sie irgendwas, was der in seinem politischen Leben überhaupt schon mal entschieden hätte, sodass er jetzt in den Rang des wichtigsten Politikers rutschen konnte? Naja, Spaß beiseite. Das erste Thema sollte sein, wir haben ja jetzt die Urheberrechtsreform in der Europäischen Union verabschiedet. Urheberrechtsreform, ja, darüber kann man gut debattieren, ist auch notwendig. Aber wir haben ja auch den Artikel 13 in dieser Urheberrechtsreform drin. Es steht zwar nicht unmittelbar diese Begrifflichkeit drin, Uploadfilter, aber der Artikel 13 handelt davon. Und das ist etwas ganz Kompliziertes. Ich will das mal ein bisschen versuchen aufzuklären. Die Plattformbetreiber von Internetplattformen werden mit dieser Urheberrechtsreform, die jetzt verabschiedet worden ist, verpflichtet, dass sie praktisch zuständig sind für die Rechtmäßigkeit dessen, was im Internet auf diesen Plattformen passiert. Das heißt, der Staat gibt schon eine ganze Menge seiner eigentlichen Aufgaben an, private Unternehmen ab, die jetzt dafür Sorge zu tragen haben, dass nichts Unrechtes passiert. Und diese Verpflichtung, die jetzt diese Plattformbetreiber haben werden, das ist relativ schwierig. Das heißt, diese Plattformbetreiber werden dazu neigen, dass sie jetzt Dinge löschen, beziehungsweise gar nicht zulassen, um auf die Internetplattformen zu kommen, die möglicherweise ein Risiko für diese Plattformbetreiber darstellen. Und dann löschen die die einfach raus. Ein bisschen ist das eine Umkehr von Verantwortlichkeit. Diese Plattformbetreiber werden diese Aufgaben nur lösen können, wenn sie diese Uploadfilter dann installieren. Das sind Algorithmen, die eben Kennzeichnungen und Hinweise dann liefern, dass etwas nicht rechtmäßig sein könnte. Aber die täuschen sich. 50 Prozent, mindestens 50 Prozent der Ergebnisse, die diese Uploadfilter dann liefern werden, sind irregulär. So ein bisschen, ich versuche das zu verdeutlichen, so ein bisschen ist das etwas wie, beispielsweise jemand schreibt einen Brief an seinen Liebsten oder an seinen Liebsten, vielleicht mit irgendwelchen komischen Inhalten. Und jetzt wird die Post, die ja diesen Brief dann befördern muss, dazu verpflichtet, alles, was unrechtmäßige Inhalte in den Briefverkehr an den Liebsten oder an die Liebste beinhaltet, aus dem Verkehr zu ziehen und den Transport nicht mehr wahrzunehmen. Das kann eine Post eigentlich gar nicht leisten. Und wenn dann die Post sagt, ja, da sind jetzt aber komische Inhalte drin an diesem Brief an den Liebsten oder an die Liebste, dann muss sich nicht die Post dann dafür erklären, warum sie diesen Brief nicht mehr weiterleitet, sondern derjenige, der den Brief erhält, also der Liebste oder die Liebste, oder der, der den geschrieben hat, der muss jetzt den Beweis antreten, dass da eigentlich alles rechtmäßig in diesem Brief steht. Sie merken, hier wird alles verdreht und das ist ja auch ein Signum, das ist ja auch ein Zeichen unseres politischen Systems, in dem wir momentan leben, dass alle Begrifflichkeiten immer umgedreht werden und zu einem neuen Bedeutungsinhalt gebracht werden. Es wird praktisch der Plattformbetreiber wird zum Richter, er ist aber auch gleichzeitig Staatsanwalt, der die Sachverhalte feststellt und er wird auch ermächtigt, sozusagen auch Exekutive zu sein, Obrigkeit zu sein. Das erinnert so ein bisschen an Orwell. Orwell sagt ja auch, Krieg ist Frieden und er sagt auch, Sklaverei ist Freiheit. So ein bisschen hat es was miteinander zu tun. Was aber richtig ärgerlich an diesem ganzen Vorgang der Urheberrechtsreform ist, ist die Tatsache, dass 500.000 Petenten, die eine Petition unterschrieben haben gegen diese Ablautfilter, dass die einfach nicht zur Kenntnis genommen wurden, dass mehrere Demonstrationen gemacht wurden, um das zu verhindern, diese Einschränkung der Freiheit des Internet, dass das die Politik eigentlich gar nicht interessiert. Die Politik zieht das Ding durch, was sie vorhat. Kommen wir doch zum zweiten Thema, nachdem ich mir die Zigarette angezündet habe. Nächstes Thema, was ich so ein bisschen vorbereitet habe, dass ich das mit Ihnen besprechen möchte, ist, es gibt etwas ganz Neues im parlamentarischen Raum, etwas ganz Neues, ganz Tolles. Die Frau Merkel und der Herr Macron haben ja auch in ihrem Aachener Vertrag eine neue Institution benannt, eine Institution, die da heißt deutsch-französische parlamentarische Versammlung. Ich bin von meiner Fraktion als Vertreter in diese deutsch-parlamentarische Versammlung gewählt worden. Und es sind 50 deutsche Bundestagsabgeordnete und 50 französische Abgeordnete der Assemblée Nationale. Und die treffen sich jetzt zukünftig regelmäßig und werden bestimmte parlamentarische Initiativen miteinander debattieren. Naja, weiß ich nicht, ob man so etwas braucht. Aber ich will Ihnen mal einfach kurz darstellen, wie wir jetzt am Montag diese deutsch-französische parlamentarische Versammlung konstituiert haben. Wir haben uns also getroffen in einem Besprechungssaal. Der Herr Schäuble war auch anwesend. Und es ging alles ganz schnell. Wir haben uns begrüßt. Wir haben uns hingesetzt. Jeder hat seinen letzten Schluck Kaffee getrunken. Dann hat der Herr Schäuble gefragt, ob irgendjemand etwas einzuwenden hätte, das zu installieren, diese deutsch-französische parlamentarische Versammlung, hat sich kein Widerwort geregt. Dann hat er gesagt, damit ist die deutsch-parlamentarische Versammlung konstituiert. Dann hat das französische Pendant von dem Herrn Schäuble gefragt, ob jemand etwas dagegen einzuwenden hätte, wie die Vorstände dieser deutsch-französischen parlamentarischen Gesellschaft aussehen und wer das sein soll. Ob jemand Einwände hätte, hatte keine Einwände, also war das auch eingesetzt. Und dann wurde in sehr schönen Heeren und schönen Worten dargestellt, was alles diese deutsch-parlamentarische Versammlung letztlich bewirken soll. Na ja, Gutdenkende sagen, na ja, es wird einfach die parlamentarische Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Frankreich der einzelnen Parlamente vertieft und kollegialisiert. Und andere werden sagen, na ja, wird das vielleicht als Instrument benutzt werden, um Vorabsprachen, die aus der EU kommen, die aus der Absprache der Exekutive von Frau Merkel und Herrn Macron kommen, ob diese Vorabsprachen dann mit einem supranationalen parlamentarischen Versammlung begrüßt wird. Und wenn das begrüßt wird, ist das ja sozusagen schon ein Vorentscheid, dass das der Deutsche Bundestag dann gar nicht mehr so wahnsinnig viel dann einwenden soll. Also wir werden da sehen, wie das weitergeht. Ob das gesamtpolitisch überhaupt so eine glückliche Einrichtung ist, das kann man auch bezweifeln. Denn wenn man einfach mal sieht, dass wir in Europa momentan in der EU durchaus unsere Spaltungen, unsere Trennlinien ja sehr deutlich spürt und sieht, dass jetzt sozusagen eine binationale Verstärkung der Zusammenarbeit zwischen Frankreich und Deutschland im parlamentarischen Raum erfolgt, ob das die Spaltung mindert oder vielleicht diese Spaltung, die ohnehin schon spürbar ist, vergrößert, auch vor dem Hintergrund Brexit. Das ist doch sehr die Frage. Ich halte die ganze Vorgehensweise für politisch-strategisch nicht besonders zielführend, aber wir werden sehen. Nachdem wir dann da zusammengesessen waren und dann auch die eine oder andere Frage, Zwischenfrage, Nachfrage hatten, sind wir dann sehr, sehr angenehm und vornehm dann zum Speisen gegangen, in der Assemblée Nationale, alles ein schöner Rokoko-Bau, begleitet von einer Militärmusik-Kapelle. Alles très chic, très très chic. Ein bisschen hatte man den Eindruck, dass sich die Politik hier ein wenig feudalisiert, sich gerne an alte Zeiten zurückerinnert. Nächstes Thema, von der Bedeutung vielleicht ein wenig tiefer gehängt. Aber ich wollte es Ihnen einfach nicht vorenthalten, weil es auch wieder so ein bisschen zeigt, wie Gaga mittlerweile politische Entscheidungen und politische Festlegungen sind. Haben Sie schon mal was von Müllkümmerer gehört? Müllkümmerer. Ungegendert. Sonst müsste es ja eigentlich heißen Müllkümmernden. Nein, da wird das Männliche betont, weil um sich den Müll zu kümmern, ja das meistens Männer machen und andere Geschlechter, geschweige denn von diversen, die kümmern sich ja nicht so sehr um den Müll. Die Stadt Hamburg hat in ihrer Bürgerschaft ein Dokument und einen Entschluss gemacht und dieser Dokument hat die Nummer, das will ich Ihnen auch gerne sagen, 21-16-47-5. Sie sagt, in den Flüchtlingslagern und Asyllandheimen und Zuwanderungsheimen, da müssen sich zukünftig Müllkümmerer um den Müll kümmern. Aber nicht die, die jetzt gerade seit Neuem hier leben, sondern ich glaube, dass das einfach die Schaffung neuer Traumjobs für Hartz-IV-Bezieher sein werden, die sich dann auch kaum dem entziehen können. Also die haben dann die Aufgabe, sie müssen den Müll trennen, den in diesen Asylantenheimen gemacht werden, wo ja manchmal 200, 100, 200, 300 sind. Die kümmern sich ja nicht selber drum. Es wäre auch ein bisschen viel verlangt, wenn sie sich um ihren eigenen Müll kümmern würden, über die Entsorgung des Mülls. Sie, diese Müllkümmerer, haben in ihrer Aufgabenbeschreibung auch die Tatsache, dass sie dann die jetzt gerade hier neu hinzugekommen lebenden Informationen bekommen sollen, wo welcher Müll tatsächlich abgelagert werden soll, also Mülltrennung gemacht werden soll. Sie sollen die Leute darauf hinweisen, dass man den Müll nicht neben die Mülltonnen wirft auf die Straße, sondern sie vielleicht hinzugehörige Behältnisse. Diese Verordnung beziehungsweise dieser Bürgerschaftsentscheid regelt auch ganz genau, dass diese Müllkümmerer sich zukünftig darum zu bekümmern hätten, dass die Mülltonnen auch regelmäßig gesäubert werden, reingemacht werden. Weil das sind ja alles Sachverhalte und alles Tätigkeiten, die man so unseren neuen vollalimentierten Neubürgern eigentlich nicht zumuten kann, weil die haben das ja auch nicht gelernt. Woher sollten sie es denn auch dann wissen? Also schon eine reichlich bizarre Bürgerschaftsentscheidung hier von der Stadt Hamburg. Könnte natürlich sein, dass denen vielleicht noch zusätzlich ein neuer Arbeitsplatz, eine neue Arbeitsplatzbeschreibung einfällt, nämlich nicht Müllkümmerer, sondern Stuhlgangsbeauftragter. Beauftragte, die dann, wenn die anderen ihre Toiletten, ihren Stuhlgang verrichtet haben, dann ihren Hintern allerwertesten abwischen. Kommen wir zu einem anderen Thema. Ich habe mir das aufgeschrieben. Sie kennen den Sultan Bolkia? Das ist der Sultan von Brunei. Ein ehrenwerter Mann. Allein schon deshalb, weil er hat nämlich am 30.03.1998 das Bundesverdienstkreuz bekommen. Also es muss ein ehrenwerter Mann sein. Und dieser Sultan hat jetzt in die Wege geleitet, dass all zur Homosexualität, wenn sie nachgewiesen ist, dann dadurch geahndet werden soll, dass die Homosexuellen hingerichtet werden müssen. Schon derb. Aber noch derber ist, wenn man sich mal vorstellt, dass die Vereinigten Medien in Deutschland, als sie über diesen Sachverhalt berichtet haben, den Herrn Sultan Bolkia als erzkonservativen Menschen beschrieben haben und bezeichnet haben. Erzkonservative Einstellung. Das ist aber komisch. Denn wenn Bürger hier in Deutschland EU-kritisch sind, kritisch sind gegenüber diesen Zentralisierungsbestrebungen der Europäischen Union, dann sind das keine erzkonservativen, wie sie beschrieben werden in den Medien, sondern diese Menschen, die EU-kritisch sind, die werden als rechtsradikal dargestellt. Irgendwie hat man den Eindruck, dass die Adjektive und die Beschreibungen und die Zustände irgendwie so ein bisschen aus dem Ruder laufen. Kommen wir zum nächsten Thema. Und zwar habe ich mir vorbereitet. Der Herr Weber. Der Herr Weber ist der EVP, also der Vorsitzende in der Europäischen Union, im Europäischen Parlament von der EVP, also von der konservativen Fraktion. Und er hat vor kurzem, vor zwei Tagen gesagt, dass diejenigen Bürger oder Parteien, die EU-feindlich sind, aber er hat nicht EU-feindlich gemeint, er hat EU-kritisch gemeint, die müsse man möglicherweise von der Parteienfinanzierung ausschließen. Das muss man sich mal vorstellen. Eigentlich ein ziemlich verfassungsbrechende Feststellung. Denn unser Grundgesetz sagt ja, die politischen Parteien wirken an der politischen Meinungsbildung mit. Es steht nicht drin in unserem Grundgesetz, dass politische Parteien die Meinungsbildung dominieren. Das heißt, wenn eine Partei kritisch ist gegenüber bestimmten politischen Entscheidungen, gegenüber bestimmten politischen Institutionen, dann sind sie nicht feindlich, sondern sie sind kritisch. Und wenn sie eine Partei sind, dann müssen sie nach unserem Grundgesetz auch finanziert werden, im Rahmen der Parteienfinanzierung, wie es allen anderen auch zusteht. Ich bin mal gespannt, ob jetzt der Verfassungsschutz auch in Richtung CSU mal ermittelt, wenn eine so prominente politische Persönlichkeit wie der Herr Weber eine solche Äußerung macht. Aber ein bisschen erinnert das ja auch an folgenden Sachverhalten, nämlich im Oktober 2018 hat die Frau Merkel im Rahmen einer Regierungserklärung im Bundestag gesagt, Parteien, die Desinformation im Rahmen ihrer Wahlwerbung und ihrer Wahlkampfbemühungen machen, die also Desinformation verteilen, die müsse man von der Parteienfinanzierung ausschließen. Und hat dann im gleichen Augenblick, als sie das gesagt hat, hat dann zu uns auf die Fraktionsseite geschaut und sagt und fragte spöttisch, könnte es sein, dass sich da jemand angesprochen fühlt? Und wenn man dann überlegt, die Frau Merkel sagt das im Oktober als Regierungserklärung und der Herr Weber jetzt kurz vor der Europawahl sagt, EU-kritische Parteien muss man von der Parteienfinanzierung ausschließen, dann fragt man sich doch wirklich allen Ernstes, ob unsere etablierte Politik, unsere etablierte Parteien, Altparteien, ob die tatsächlich noch auf dem Boden unseres Grundgesetzes, unserer Verfassung stehen. Naja, das war so ein bisschen eine Tour d'horizon über die politischen Auffälligkeiten der letzten Tage und Wochen und ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und hoffe, dass dieses Video, was wir jetzt gemacht haben, auch unter dem Aspekt der Uploadfilter tatsächlich noch von Ihnen im Internet sie erreichen wird. Dankeschön.